Oliver Pucher, 42, sorgt aktuell immer wieder für Schlagzeilen. Seit Wochen schießt er Comedien gegen verschiedene Influencer, die sich seiner Meinung nach in der aktuellen Krisenlage nicht korrekt verhalten. Dazu zählten bereits die schwangere Influencerin Sarah Harrison, 28, Katzenberger Schwester Jennifer Frankhauser, 27, und der ehemalige Bachelor-in-Paradise-Kandidat Johannes Haller, 32. Boxer in Salaric, 39, hat davon jetzt genug, der Kämpfer will Oli anzeigen. Er macht Leute zur Sau, die sich gar nicht wehren können. 18-jährige InfluencerInnen macht er damit K.O. Und dafür wird er von seinen Fans auch noch gefeiert, wettert der 39-Jährige gegenüber Bild gegen den 42-Jährigen. Für ihn sei das Verhalten des Profescherzkixes mit Volksverhetzung gleichzusetzen. Ich denke drüber nach, Pucher deswegen anzuzeigen, verkündet der Sportler bestimmt. Ünsal, der für seine drastische Kritik am türkischen Präsidenten Erdogan, 66, bekannt ist, erklärt seinen Standpunkt so, ich hätte sie ja auch gerne gegen Erdogan. Aber im Moment nicht so stark wie sonst. Gerade müssen wir alle zusammenhalten. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020